Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Backvideo und zwar heute wieder sowas ähnliches wie gestern und zwar ein Hefezopf das ist nämlich ein Tag vergangen also gestern habe ich die Brötchen gemacht und die waren richtig lecker deshalb sind die auch schon weg wir haben die ganze Nacht zum Abendessen gegessen und heute zum Frühstück und zwar machen wir jetzt sowas ähnliches, nämlich einen Hefezopf und zwar braun wieder ich sag so oft und zwar brauchen wir dafür nur wenig Sachen es geht schnell, es ist leicht und es schmeckt natürlich lecker so wie immer und jetzt fange ich an euch zu zeigen was man dafür braucht ich habe hier schon wieder die Küchenmaschine fertig hingestellt und vorbereitet jetzt zeige ich euch was man dafür braucht genau also selbst brauchen wir Zucker, Miel, Milch dann entweder eine Zitrone oder halt diesen Zitronensaft hier also ich habe den Zitronensaft hier genommen ein Ei Butter die ist wieder ja nicht so weich wie gestern aber weich eine Packung Hefe Weinele Zucker und dann hier solche Mandeln diese Plätzchen da für oben drauf am Ende und ja ich würde sagen fangen wir mal an viel Spaß beim Video so als erstes geben wir hier 80 Gramm Butter in unsere Schale rein und das müssen wir jetzt erstmal vermixen also cremig mixen so ich habe jetzt ganz schnell den Aufsatz geändert weil ich dachte mir so damit wird das nie im Leben gehen und da hatte ich auch recht da ist ein bisschen Butter daran genauso wie da und wir machen das jetzt mit dem also ich mache das jetzt mit dem und los so und jetzt kommt 500 Gramm Mehl mit dazu und ja das sind jetzt erstmal 250 also eins genau jetzt sind hier 500 Gramm drin ich musste gerade eine kurze Pause machen weil Mama die Kamera gebraucht hat für ein anderes Lüro zum Schneiden deshalb geht es jetzt weiter und jetzt wird es wie ihr vielleicht schon gemerkt habt richtig leicht weil jetzt kommen nur noch die restlichen Zutaten rein und da zeige ich euch jetzt einfach die Angaben also das ist eigentlich richtig leicht muss man alles zusammen mischen aber es dauert halt trotzdem ein bisschen länger weil man es halt aufgenutzen muss aber ich sage es euch dann also ich zeige es euch dann später genau und jetzt kommen wir 125 ähm nein 100 nein 100 Gramm 100 Gramm Zucker kommen da rein das ist nämlich eine 125 Gramm Schale das habe ich jetzt einfach mal so abgeschätzt aber ich glaube das sah gut aus ja 125 aber egal ich glaube das sieht gut aus so genau jetzt kommt ein Päckchen Hefe rein genau dann ein Päckchen Vanillezucker das Rezept ist einfach auch so leicht und schmeckt so gut tada so und auf dem Rezept steht ähm eine Zitrone jetzt muss ich schätzen wie viel in einer Zitrone drin ist das wird jetzt spaßig ähm ja ich glaube das reicht so als letztes also es geht wirklich richtig schnell ähm kommt jetzt die Milch rein und zwar 185 Milliliter und das ist es auch schon das ist der fettige Teig nicht was den müssen wir jetzt natürlich erstmal anmachen und zusammenrühren stopp natürlich noch nicht ich hab's gerade bemerkt das eine Ei fehlt noch das muss natürlich auch noch mit da rein so und jetzt können wir es umrühren so sieht mein Teig jetzt aus er ist wieder so klebrig und man kann ihn so lang ziehen sozusagen und ähm genau der steht jetzt bei uns hier gerade an der Heizung denn der muss jetzt zwei Stunden ähm abgedeckt an einem warmen Ort stehen bleiben genau so wir müssen jetzt den Teig in drei gleich große ähm solche ähm Schlangen machen so wir haben jetzt die drei Stränge da geflochten und jetzt sieht das so aus also wir haben das jetzt so zusammen gemacht und ähm haben wir bereit gerade schon mal ein Ei vor das macht ja auch Kokanen Spritter drauf ich hab ihr Monschi hier gezeigt vorhin das sieht ganz komisch aus genau und das reicht mir jetzt da drauf und jetzt kommen die ähm Mandeln da drauf und das machen wir jetzt in den Ofen bei 30 bis 35 Minuten bei 175 Grad so wir haben ihn jetzt rausgenommen er sieht richtig lecker aus und es riecht auch richtig richtig gut aber wirklich aussehen wie ein Topf tut es nicht aber er sieht topf so geschmückt lecker aus ja genau so wir lassen jetzt ähm unseren Hefezopf abkühlen genau und ähm natürlich wissen wir wie ein Hefezopf schmeckt ähm deshalb brauchen wir keine Reaktion wenn er auch nicht schmeckt dann schreiben wir es hier hin aber ich glaube das ähm wird nicht passieren weil warum soll der nicht schmecken auf jeden Fall macht es richtig Spaß seitdem wir die Küchenmaschine haben zu backen und ich glaube das merkt ihr dass ich das gerne mache vor allem äh wenn man zuguckt wie sich das alleine rührt und man keine Hand davon braucht wo man das festhalten muss und dann die Hand wehtut und meine Oma hat auch eins ähm sich vor paar Tagen gekauft und ähm ich war auch wie verrückt genauso wie ich und es macht noch viel viel mehr Spaß als davor wie gesagt ja und wir essen jetzt gleich Abendessen damit ähm mit Butter oder so wenn ihr es nachbackt wünsche ich euch natürlich sehr viel Spaß und guten Appetit und damit ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss